Auf die zweite Spieltritte, die das ganze Zeit spielt, dann von 3 zu 1 und präsentiert wird gegen heute das Spiel von Bad Harzburger, die Erfrischung aus dem Arzt. Auf die zweite Spieltritte, die Erfrischung aus dem Arzt. 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 Die Wurzeln, die Wurzeln, die Wurzeln, die Wurzeln. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Tor für die Harzer, die Vorlagen von der 27, Arthioms, und der 33, Christoph, der Torschütze Jetzt wird die 88, André, wir haben einen neuen Spielstein, Harzer Wolken, und die Klocke da ist, und darauf ein Kräuter-Kalb-Gefängnis, Prost! Tor für die Harzer-Kalb-Gefängnis 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 Einfahrt kaputt gegangen und wir müssen dort jetzt erstmal kurz schrauben und reparieren, solange wird das Spiel zur Sicherheit der Spieler pausieren. Das ist ein Fahrt kaputt. Vielen Dank. 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 ... 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